du bist da ich wusste nicht ob das ein bild ist weil du gerade so dich nicht mehr bewegt hast also dich vorzustellen fällt mir schwer weil ich einfach dich zu gut kenne du bist nicht so das was man kennt so als berater oder coach oder so sondern du bist einfach was besonderes in deiner art in deiner art mit menschen umzugehen menschen zu verstehen menschen zu erkennen und vor allen dingen für die menschen da zu sein was nun wirklich diejenigen die hier sind können das aber ich kann schon mal was sagen ihr seid alle eine ausnahme in diesem bereich und das finde ich so toll dass wir uns auch hier in der form treffen und jan marie hat das über jahre immer wieder geschafft und macht das nach wie vor weiter und diesen einsatz den finde ich ganz toll er versucht menschen zu begleiten und auf den positiven zielen hin was mit ihnen zu machen wenn einen rat sucht hat für ihn ein rat und hat auch eine idee und ich weiß jetzt nicht genau was er uns heute mitgeben will das ist eben genau so eine überraschung wie für euch aber ich hoffe natürlich ganz stark dass jetzt als idee sinne sinn und sinnlichkeit viel mehr drin dahinter steckt als nur drei wörter jan marie dankeschön liebe video erst mal vielen dank für deine einführungen und deine bewegende geschichte migration genau in 1969 war auch meine migration aus flandern eine freiwillige weil der kampf zwischen flamen und wallonen war unerträglich ich als französisch sprechende flamme war ich in ein feindes land und bin in ein damaliges feindes land gegangen und ich wurde auch nicht so empfangen wie du in tel aviv aber ich habe die deutschen gelernt zu lieben zu dir du suchst nach sinnlichkeit wie du dein sohn in die armen genommen hast das war pure sinnlichkeit so mein thema wie auf videos schon sagt ist sinne sinne und sinnlichkeit und mein anliegen ist suchende menschen einen geistigen impuls geben zu dürfen mit meinem kurzen vortrag hier was wäre wertvoll in diesem bezug was könnte die bedeutung von sinnhaftigkeit auch in allen aspekten des lebens wohl sein für mich persönlich ist es geistigkeit stets zu erkennen und eine transformation von reinen materiellen zum höheren bewusstsein bewusst zu pflegen und darf ich hier dabei einige wichtige impulse vermitteln auch wie bei dir vier stück hier mal bewusstsein für den eigenen zweck der fokus sollte darauf liegen den sinn und zweck dessen zu verstehen dass wir spüren und fühlen dass wir etwas wertvolles und nachhaltiges tun als ich nicht nur denken auch im kleinen das bedeutet sich darüber im klaren zu sein warum wozu wir bestimmte wünsche haben ziele verfolgen und wie diese zum persönlichen wachstum und zur erfüllung für unser eigenes leben beitragen und zur besserung der gesellschaft und der welt auch in kleinen schritten zweitens sinnes erfahrungen nutzen es ist so wichtig unsere sinne bewusst einzusetzen und uns zeit dafür zu nehmen auch nur die kleinen freude des lebens zu genießen ob es nun der duft von frischem gebrühtem kaffee oder der ausblick oder anblick einer atemberaubenden sonnenuntergangs ist das ist sinnlichkeit die sinne spielen nicht nur in unserem gehirn eine wichtige rolle auch in unsere seele dabei freude und sinnhaftigkeit im alltag zu erleben das verlangt unser limbische system schon das millionen jahren alt ist und unseren geist und unsere seele durstet danach drittens achtsamkeit und präsenz durch achtsamkeit und wirkliche präsenz im hier und jetzt können wir uns besser mit dem gegenwärtigen moment verbinden und den sinn in den kleinen dingen des lebens erkennen es gibt immer einen sinn in alles in dem wir bewusst auf die eigenen gedanken gefühle und umgebung achten können wir oft tiefe sinnhaftigkeit entdecken und viertens verbindung zu anderen menschen die gemeinsame suche nach sinn und bedeutung unsere seins ist sehr bereichernd sich mit anderen menschen auszutauschen erfahrungen zu teilen ja und gemeinsam nach einem höheren zweck zu streben soll helfen sinnhaftigkeit wieder zu finden und neue gewinnende perspektiven auszuprobieren und genau das fehlt es in unsere zeit jetzt viele menschen viele firmen viele institute vereine netzwerke schreien nach einem zusammensein und einen zusammenhalt ich war vor drei wochen in dresden für eine finnische firma die aufzüge macht ja und sagen wir machen sie unseren workshop einen ganzen tag nein zwei tagen damit wir wieder zusammenkommen unsere vertrieber sprechen nicht mit den verkäufern und umgekehrt also ein zusammenhalt was ist eigentlich geschehen dass das genau nach der corona noch heftiger fehlt als zuvor fünftes sinnliche erfahrungen fördern die sinnliche seite des lebens wie zum beispiel die eigene kreativität die schönheit wie die immer so schön sagte so gut sagte ja die streben nach schönheit was ist schönheit wollte ich sie gerade fragen also die schönheit der natur oder die freude an körperlichen aktivitäten wie sie auch macht soll zu einem tiefen gefühl der erfüllung und des sinns beitragen indem wir diese sinnliche erfahrung bewusst und mäßig kultivieren können wir eine tiefere verbindung zum eigentlichen wohl sein und das der welt um uns herum aufbauen und vermehren ich hoffe dass diese meinen impulse helfen können einen bewussteren umgang mit sinn sinne und sinnlichkeit zu entwickeln und dadurch das persönliche und geistige wachstum darum geht es doch die erfüllung und den erfolg in allen lebensbereichen mit notwendiger weise ich wiederhole notwendiger weise zu fördern weil ehrlich geht es letztendlich nicht darum ein erfülltes leben zu führen und in allem was wir tun einen tieferen sinn zu finden meine frage die ich meine klienten immer stelle ist dann denke ich an dich jetzt oder an ovidio was hat die menschheit davon dass es dich gibt wann schaffen wir das dass sich unser eigenes handeln authentischer anfühlt und eine größere zufriedenheit im leben für uns und die anderen erreicht wird für unternehmer wie wir ist dies besonders wichtig weil sie etwas unternehmen denn nur wenn wir den wirklichen zweck unseres unternehmen verstehen und umsetzen diesem auch treu bleiben werden wir langfristig erfolgreich sein auf alle ebene materiell geistig und spirituell dabei spielt nicht nur der wirtschaftliche erfolg eine rolle sondern auch die wirkung auf die gesellschaft sowie die umwelt der welt um uns auch für suchende menschen soll dieser ansatz mehr als hilfreich sein indem wir bewusster mit dem eigenen lebensweg umgehen und nach einem höheren ziel streben finden wir oft mehr freude am alltagsgeschehen mehr freude mit unseren mitmenschen wir bekommen klarheit über unsere persönliche prioritäten und sehen das geschehen um uns mit einer positiveren brille in einer welt und einer zeit wie jetzt voller ablenkungen durch technologie danke dave und gesellschaftliche erwartungen konsum und egoismus ist es leicht möglich seinen fokus aus den augen zu verlieren doch indem wir uns zeit nehmen unsere sinne besser das heißt bewusster einzusetzen achtsam sind gegenüber unsere umgebung und unsere mitmenschen können wir zum wesentlichen danke irmela wieder zurückfinden ein sinnerfülltes leben dafür bin ich sehr dankbar mit meiner 82 jahren dazu habe ich für euch auch einige praktische übungen ganz kurz bitte versuche inhaltlich und ausführlich für euch folgende fragen zu beantworten und gerne schicke ich euch natürlich diese fragen auf eure schriftliche anfrage gerne zu erste frage was soll und was ist dir das wichtigste in deinem leben zweite frage wie gut gehst du täglich mit dir selbst in deinem gedanken und handlungen um drittens was liebst du an dir und wofür würdest du dich mehr loben viertens wie viel zeit schenkst du dich schenkst du die der pflege deines innenlebens den bewussten durchfühlen deine auch unangenehmen gefühle und der klärung deiner gedanken nächste wenn du einmal aus deinem körper gehst deine qualität vom leben möchtest du dann gelebt haben wie möchtest du einmal zurückschauen können auf das dann von dir gelebte leben von meinem meister möchte ich zusätzliche danken am schluss euch mitgeben der sinn des lebens aus einer höheren perspektive damit ist klar dass würde also zitat damit ist klar dass würde und wert des menschen mehr sein müssen als weltliche reichtum materielle annehmlichkeiten sind nur ein zweig aber die wurzel menschliche größe sind gute eigenschaften und tugenden der schmuck seiner wirklichkeit sind diese liegt in den göttlichen erscheinungen den himmlischen gaben den edlichen gefühlen und in der liebe und erkenntnis gottes der sinn des leben ist umfassendes wissen geistige wahrnehmung wissenschaftliche entdeckungen gerechtigkeit und parteilichkeit wahrhaftigkeit güte natürlichen mut und angeborene seelen stärke wie rücksicht und einhaltung von verträge und bündnisse geradheit unter allen umständen und dienst an der wahrheit in allen lebenslagen aufopferung für das allgemeine wohl und güte und achtung für alle völker gehorsam gegenüber den göttlichen lehren und dienst im reiche gottes lenkung der menschen und erziehung der nationen dies ist das wahre glück der menschenwelt dies ist die größe der menschen in dieser welt dies ist immer während des leben und himmlische ehre dieser absitz ist von abdul baha der sohn von baha ola der letzten offenbare der letzte religion die baha religion entstanden in 1864 in iran dabei bedanke ich mich herzlich bei euch für eure richtiges schönes da sein und zuhören und gibt mir mein wort wieder zurück an ovidio